4 Minuten vor Ende fällt die Entscheidung. Gran bekommt den Ball vor dem Fuß gedingt. Schuss! Tor! Das war der Sieg. Deutschland gelangt der Griff nach der Krone des Fußballsports. Strand, die Brusten der Brust von Wolken... Der Heej-jul ist der Hecht. Sie hat seinen Blick auf die Zelle. Und so war er war. Schuss ist ein Wohlsach. Und so war er geschenkt. Untertitelung des ZDF, 2020